Leute willkommen zurück, wir sind die Stingel, wir machen einfach kein Warns, wir machen weiter. Moment kurz, ich muss kurz meinen Timer einstellen, nur. So, jetzt. Ich habe es aber ein bisschen leiser gedreht, weil es einfach, ich habe ein bisschen, ich bin es nicht mal zu laut. Ich hoffe, jetzt ist es gut. Ich verstehe mich nicht. Ich habe den Batsch mitgesprungen. Nein, was ist denn los? Mann! Äh? Äh? Lass das mal, wir müssen wieder alle da oben durchschießen. Wir müssen alles ziehen, dann kommen wir in die Hände, aber ich mache das nicht. Ich habe den Batsch mitgesprungen. Ich weiß es einfach, ich... Ich wollte ja nicht. Ich bin ein bisschen aus dem Markt, ich habe den Batsch vergessen. Mache ich nicht, darf ich nicht. Ach, das ist alles... Ja, ich vereine mich. Ja, scheiße, Mann. Ich habe die Flüge vergessen. Was ist denn los, hey. Ich bin so schlecht. Ich gehe hier oben. Ich muss hier oben. Oof, wie geht's das? Ah, Steppy. Das ist Steppy. Slippy, ist alles okay? Ja, ja, kein Problem. Ja, ja, kein Problem. Was ist denn das? Fuck! Look behind you! Ein Gena. Der FDN finde ich ein bisschen cool. Der ist geil. Das ist ein Roboter. Ein Roboter. Hier passiert jetzt was. Und das wäre jetzt was hier passiert. Wer kommt denn die Schwachstelle? Nein! Oh, ich bin total schlecht. Was ist denn los mit mir? Wer ist der Kreator? Nee, 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 komm komm. Ich zieh deine Hände ab. Ich zieh deinen Kopf um, sonst kann ich dich abknallen. Hallo? Ich zieh deinen Kopf um. Weiß. Ich schaue die Hände ab. Ich zieh deinen Kopf um. Du bist du mit dem Kopf. Du bist bist ein Sensos. Ja, das geht's. Du bist du mit. Ja, das geht's. Ich hab's gesehen, ich hätte Flippy hier noch retten können, wenn ich geschossen hätte. Aber ich hab das einfach, ich hab das mit Absicht gemacht, damit wir die nächste Visum machen. Sonst würden wir wieder einen nächsten. Oh Leute, der nächste ist echt ein voller Horror. Nächster ist der richtige Horror. Ich hasse diesen Verletzten. Das ist ein Horror-Verletzten. Jetzt wüsst ihr aber warum Slippy in diesem Visum dabei sein müsste. Ich hätte retten können, das habt ihr bestimmt gesehen. Aber ich hab das Schießen aufgehört. Das ist ein Horror-Verletzten. Ich hab das jetzt geschafft. Also, wenn ich das gemacht hätte. Dann wären wir jetzt auf diesen. Ja, nicht auf diesen bekommen. Sondern auf diesen da, vor Venom. Auf diesen grauen. Auf diesen komischen grauen. So, Titania. Titania ist am Planeten. Ähm, den Haarstich. Der Haarstich ist so stark, das ist ein Haarspray von mir. Aber ich hab gesagt, dass wir alles machen. Wir machen eine Route. Das ist nur meine Route. Das ist nur meine Route. Und jetzt machen wir einfach weiter. Was machst du denn? Es ist da zu gefährlich. Ich kann nicht Slippy liegen lassen. Ja, der ist wirklich gefährlich. Das hat der Recht, mein Kommandeur. Mein Kommandeur hat der Recht. Der ist wirklich gefährlich. Der ist wirklich gefährlich. Und hier, wir haben sie. Nehmen wir erstmal den Panzer. Ich hasse den Panzer. Der Panzer ist all scheiße. Ich fliege, ich tu sie lieber fliegen. Ja, aber wir schaffen schon irgendwie. Wie viel Zeit habe ich noch? Knapp 4 Minuten? Ja. Es ist eine gute Location, Robb. Es ist in den Zentrum. Lightform indicated at 12 o'clock. There's Rocky Perrain, get ahead! A magnetic storm! We'll search here. Use Bombs Wirth! I think he looks better in his tank. Why don't you come down here, Falco? I'm scared! There's no point. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You guys are alright. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ja, wie soll ich denn beide holen? Wie soll denn das gehen? Ich hasse sie. Ich hasse sie! Ich muss abschneiden, weil ich mich nicht. Energie. Ich habe sie überraschneet. Ich vermute sie, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Woh! Was ist das hier? Woh! Wir sind nicht in den Geekladen. Wir sind nicht in den Geekladen. Was ist das hier? ich bin ja sehr angespannt tut mir leid dass ich nur den Aber der Slam ist echt der Hammer, ist echt total schwer. Oh, das ist das Ding. Ah, ich bin hier! Slippi! Ist das du, Slippi? Ich bin hier, Slippi! 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 Leute, meine Aufländerung ist vorbei! Bis zum nächsten Mal, Tschüss!